Das ist ganz normal. Und in dem Maß, wie man sich die Dinge vorstellt, die man haben möchte, die man anstrebt und so weiter und so fort. Und in dem Maß, wie man in der Lage ist, das wirksam und authentisch tun zu können, da sieht man regelrecht, wie das Leuchten des Strahlen in diesem Menschen beginnt, wie die Augen vielleicht sogar Funken schlagen. Und dieser Mensch ist in einer völlig anderen Energie. So, und jetzt wirst du vielleicht sagen, naja, das ist ja alles Augenbicherei. Die Welt, die ist halt so, wie sie ist und morgen wird sie untergehen. Ja, das ist eine mögliche Haltung, die man einnehmen kann. Ich denke, keiner weiß, wie die Welt morgen sein wird. Aber wir können entweder heute davon ausgehen, morgen wird alles schlimmer und ja, dann tragen wir sozusagen dazu bei. Oder wir können davon ausgehen, ja, die Welt kann besser werden. Wir können uns immer mehr dem annähern, wonach die Menschen offenbar streben, also die, die optimistisch sind und so weiter, nach so etwas, was so metaphorisch als Paradies bezeichnet wird.